Manfred Zapatka ist ein deutscher Schauspieler. Biografie Zapatka ist der Sohn eines Redakteurs und einer Hausfrau. Er wuchs in Kloppenburg auf, wo er 1962 sein Abitur machte. Nach seiner Ausbildung an der Schauspielschule Bochum spielte er am Theater Freiburg und am Theater in Essen. Den Durchbruch erlebte er am Staatstheater Stuttgart, als Klaus Peimann ihn engagierte. Als Peimann ans Schauspielhaus Bochum wechselte, ging Zapatka an die Münchner Kammerspiele. Mehr als 20 Jahre lang war er einer der Protagonisten des Theaters von Dieter Dorn. Seine erste Kino-Hauptrolle war die Diss-Zuhälters Heinz in Utopia von Sorab Shahid Salis, der 1983 im Wettbewerb der Berlinale gezeigt wurde. Dem breiten Publikum wurde er durch seine Rolle als intriganter Hans-Otto Gruber in der ZDF-Serie Rivalen der Rennbahn bekannt. Auch zahlreiche Gastauftritte in Krimiserien, vor allem regelmäßige Rollen in den Serien der Alte und Erik sorgten für seine Popularität. Zapatka spielte 1989 die Hauptrolle des Oberleutnants Karl Kraft im vierteiligen Fabrik der Offiziere. Es folgte seine Rolle als Richard Myers in dem Vierteiler der Große Bellheim als Nachfolger des von Mario Adorfer körperten Kaufhausgiganten. Bellheim In Heinrich Breloers Doku-Drama Todesspiel über die Entführung von Hans-Martin Schleyer sowie die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut nach. Mogadischu spielte er Bundeskanzler Helmut Schmidt. In den letzten Jahren hat sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Filmregisseur Romuald Kammerker entwickelt. Unter seiner Regie verlasse eine Rede Heinrich Himmlers in das Himmler-Projekt spielte 2004 in die Nacht singt ihre Lieder, der auch im Wettbewerb der Berlinale 2004 zu sehen war und 2006 in Kammerkers Hamburger Lektionen. Daneben stand er in den Jahren 2003, 2004 und 2005 als Hagen bei den Jebelungen Festspiele in Worms auf der Bühne. Im Film Autopiloten von Regisseur Bastian Günther interpretiert Zapatka 2007 in der Rolle des alternden Schlagersängers Chris Kaiser die für diesen Film von Bernd Bickemann geschriebenen Stücke komm schon, Katharina und geh mit mir viel zu weit. Zapatka war 2004 Mitglied der 12. Bundesversammlung. Er wurde von der SPD nominiert und vertrat das Land Niedersachsen. Zapatka lebt heute als freier Schauspieler in Berlin. Seine erste Ehefrau war die Schauspielerin Regine Vergehen. Seit 1978 ist er in zweiter Ehe mit Margarete verheiratet. Aus seiner ersten Ehe stammen die Kinder Christoph und Katharina aus der zweiten Fabian und Sarah sowie Florian, den er als Sohn seiner zweiten Ehefrau adoptiert hat. Seine Kinder sind oder waren zumindest zeitweise ebenfalls als Schauspieler bzw. im Filmgeschäft tätig. 2012 wirkte er als Erzähler im Hörspiel Olysses nach James Joyce mit, dem mit einer Laufzeit von mehr als 22 Stunden bis dahin längsten Hörspiel des Südwestrundfunks und einer der aufwendigsten Hörspielproduktionen der ARD Filmografie 1964. 1964, Das Lamm, 1971, Sparks in Neugrönland, 1980, Derrick der Tod sucht Abonnenten, 1981, Preußische Nacht, 1982, Krieg und Frieden, 1983, Utopia, 1983, Tatort Roulette mit sechs Kugeln, 1983, Tatort Blütenträume, 1984, 1984, Egmont, 1986, Die Schwarzwaldklinik, 1986, Ein Fall für zwei Fahrsolztraum, 1988, Wilder Westen inklusive, 1988, Derrick einer Art Mord, 1989, Fabrik der Offiziere, 1989, 1989, Rivalen der Rennbahn, 1993, Das letzte U-Boot, 1993, Der große Bellheim, 1993, Abyssblüff, 1993, Tatort Die Zärtlichkeit des Monsters, 1993, Scheewe und die Geigenblume, Der letzte Film des Dritten Reiches, 1994, Derrick das Floß, 1995, Die Staatsanwältin, 1996, Ein Fall für zwei Miese Tricks, 1996, Tatort Freitagsmörder, 1996, Derrick Mordecho, 1997, Todesspiel, 1998, Das Frankfurter Kreuz, 1998, Polizeiruf 110 Todsicher, 2000, Manila, 2000, Erkan und Stefan, 2001, Thomas, 2001, Das Himmlerprojekt, 2001, Tatort Havari, 2001, Doppelpack, 2002, Elefantenherz, 2003, Tatort Mutterliebe, 2004, Die Nacht singt ihre Lieder, 2005, Mord am Meer, 2005, Spiele der Macht, 11.011 Berlin, 2006, Der freie Wille, 2006, Das Schneckenhaus, 2006, Hamburger Lektionen, 2006, Eden, 2007 zu 2009, KDD, Kriminaldauerdienst, 2007, Autopiloten, 2008, Die Lüge, 2008, Die Weisheit der Wolken, 2010, Den Tagen mehr Leben, 2010, Die Zeit der Kraniche, 2011, Schreie der Vergessenen, 2011, In den besten Jahren, 2011, Marie Brandt und die Dame im Spiel, 2013, Der Tote im Eis, 2014, Besondere Schwere der Schuld, 2014, Die Lichtenbergs, 2015, Tiefe Wunden, 2015, Polizeiruf, 110, Grenzgänger, Hörspiele, 2002, Andreas Knaub, Genopoli, Regie, Robert Matejka, 2004, Michael Kosa, Die Schule der Glücksritter oder Arsenelüb, Er trifft Alkepon, Regie, Renate Heizmann, 2014, Raoul Schrott, Theogonie, Bearbeitung, Komposition und Regie, Klaus Bullard, SWR, NDR, 2014, Michael Bulgakov, Meister und Margarita, Regie, Klaus Bullard, Punkt, Podcast, BR Hörspiel Bull, Hörbücher, 2008, Ilias von Humer, der Hörverlag München, 21, CDS 19, H40, ISBN 9783867171885, 2009, Moby Dick oder der Wahl von Hermann Melville, der Hörverlag München, ISBN 9783867174558, 2012, Vom Ende einer Geschichte von Julian Barnes, Argon Verlag, Berlin, 5, CDS 363, MIM ISBN 9783839811641, 2013, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix von Robert Musel, der Hörverlag München, 2, MP3, CDS 19, H20, ISBN 9783844509977, 2014, Schloss Gripsholm von Kurt Tucholsky, Argon Verlag, München, 4, CDS 4, HN 31, ISBN 9783839891933, Auszeichnungen, 2002, Adolf Grimme Preis für seine Rolle als Heinrich Himmler in das Himmler-Projekt, 2008, Adolf Grimme Preis stellvertretend für das Darstellerteam von KDD, Kriminaldauerdienst, 2009, Deutscher Hörbuch Preis in der Kategorie Bester Interpret für Homers Ilias in der Übersetzung von Raoul Schrott, 2009, Bayerischer Fernsehpreis als bester Schauspieler in der Kategorie Serien und Reihen für seine Rolle in der Serie KDD, Kriminaldauerdienst, Kriminaldauerdienst,